Hä? Da kapiert er wieder nicht. Nö. Du musst einfach sammeln Cent aus dem Eierkopf, den ich einfach schlage und gehe. Hahaha. Hallo? Was denn? Ohja. Solargenerator? Eins müssen wir ja noch sagen. Wir haben das Projekt eigentlich schon mal angefangen gehabt. Jungs, die erste Quest ist fertig. Ja. Weil wegen den beiden Affen hier ist ein bisschen was schief gelaufen. Ähm. Ich mach mal die Sugarcane Farm an. Ja mach mal. Gar nicht, der Observatario ist hier. Ja. Hä, ich hab da unten schon die Sugarcane Farm an. Ja, aber du hast doch nicht Observatario. Weil er behindert ist. Was ist denn das Observatario? Wo waren das? Weiter unten glaub ich, oder nicht? Nee, das ist das 1st Floor noch. Ich such mal einen Moment. Ja, das ist da hinten. Hier. Das ist? Hm. 2nd Floor. Ah. 3rd Floor, da muss ich auch mal hin. Äh, 1. Die nächste Quest ist fertig. 1, 2, 3. Ohne das Ding 3. Geh mal zu den Armutskens runter. Da. Da wissen wir ja auch, wer das ist. Was ist dieses komische Storage? Play Storage? Wahrscheinlich hier unten bei der Sugarcane Farm. Ne, hab's schon. So. Kann nochmal das Ding hier plündern? 4th Floor Building Area haben wir hier auch gerade. Oh, was fand das? Ähm. Entroff wie eine Spinne. Spider. Play Reward. Zack. Hm? Wie geht's hier zurück? Okay, ach so. So. Play Reward. Play Reward. Flash macht schon alles? Na klar, was geht los da rein? Ähm, mach du mal Flash. Hier, das Ding da oben abblenden. Ey, die nächste Quest ist fertig, ne? Ich? Ja. Die Graf-Quest. Du wieder? Ne, hä? Achso, warte mal. Die Gorn aus dieses komisches Dinges, ne? Ja. Ne, geht doch nicht. Dipp, 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 dipp. Mach die Zuckerroof mal kurz weg. Warum? So rund? So fall ich runter. Außer der haut mich jetzt runter. Deswegen. Oh, wir gucken, wir haben wieder so. Die Angel... Ich hab eine Ti-Machine! Alle hier auch. Geh, jetzt haben wir die Stowage auch für die, für das Obsidian. packt euer bett oben hin bitte ich habe auch eine time machine und elektromingot hast du so eine engine nicht in die ich versuche gerade machen gleich neue wenn wir dieses ding haben das aber einen teil machine was kann ein teil machine ist ein kleines Dirt Container war doch dieser andere Raum, ne? Hier, das Ding, das war der Dirt Container, war hier oben, das war doch ne große Platte, oder? Ja. Soll ich Chess nehmen, oder lieber ein Reward Back? Ich hab das Reward Back genommen. Inklusive Jamba 128, hab der schon aktiviert? Ne, wir brauchen hier aber wieder Strom. Moment, ist da, ist aktiviert worden. Hey Yolo, ne? Alles was wir in 3 Stunden gemacht haben, machen wir jetzt in halben. Hallo, gehst du jetzt da runter? Habt ihr überhaupt ne Schaufel dabei? Nein, haben wir gleich. Neues Reward Quest und ne Kaktisfarm? Sind das in Monster anerkennen? Bestimmt nicht. Hä? Doch, Monster sind an. Da sind Monster an. Oh nein. Äh, war das hier nicht ne Quest aus einer? Ja, ne? Alles Quest. Leitern, Spitzhacken, okay. Leitern, Spitzhacken. Wartet, da oben sind Leitern links. Denkt ihr dran, wenn ihr die Leiter runter geht, dass da hinten noch ne Chessler? Ja. Ähm. Wir sind Clam Reward, jetzt gibts ne Schaufel. Äh, ich nehme mal links. Nehmen wir mal. Ihr könnt die nächste. Ja, entscheidet links oder Mitte immer. Ach, rechts oder, rechts oder Mitte habt ihr noch. Ich hab links genommen. Ich nehme die grüne. Also die blaue. Lass mal Lederhose anziehen. Mhm. Die Lederhose an. Da war nochmal die Kiste oder hier? Ich bin grad auch unten schon am Graben. Pass auf wegen den Spinnen. Jaja, ich bleib oben. Ja, aber hier kann man doch generell erstmal das Meiste wegmachen. Alter. Ich verrecken. Das soll wieder was essen. Und das mit dem Aktivieren von diesen komischen Dingern machen wir erst, wenn wir die Quests haben diesmal. Ja, wir müssen diesmal ein bisschen mehr Holz ansammeln. Sonst fehlt mir nicht wieder einer. Was denn? Wie beim letzten Mal. Wo... Wo der andere Typie gefehlt hat. Ja... Hä, wo waren denn die ganzen Kisten? Ah, ich hab die zweite. Boah! Wöw... nicht ums... nicht umsonst ist mein Name Flashlooter. Flashlooter? Ja. Hm... Da brauch mal Centurs. Glauben wir. Ne, wir schmond... Ich glaube das sind zwei Kisten ja gewesen. Ja, ab alle beide. Ja. Ja. Wir machen hier oben ne gerade Fläche. welches holz war es oder das tour war das nicht dass da unten wenn wir die holzkisten haben dann machen wir uns eine spitzhöcke und da machen wir habe ich zentos schon gesagt oben links wo wir gestartet haben sind doch so räume die klopfen wir offen machen da ja die reißen wir auf die sache was in drei stunden gemacht hat machen wir jetzt in einer halben stunde generell eigentlich die ganze wand wegreißen nächste quest ist fertig nehmt mal bitte die oak saplinge ist glaube ich am sinnvollsten ja ich weiß ich nicht ich weiß nicht ob das andere auch machte ich kann jetzt nicht mache jetzt dass man die christ hier fertig mit diesen komischen dinge da hast du noch eine hast du für die fackeln alle rausgenommen okay nee dann ich werde mal eben die leiter nach unten bauen oder runter fallen je nachdem wie gut ich bin ich finde es mal gerade in die chest hier mal gerade abbauen glaube ich und dann machen wir so sachen oder mal gerade jetzt mal gerade so sporadisch die sachen hier rein legen ich mach gleich schon ich mach gleich zwei chests für dich du auch sterb komm sterb so das haben wir auch jetzt fehlt nur noch das ding aber ich glaube das ding geht kaputt wenn ich das mit dieser komischen spitzhacke die ich hab abbaue survival spitzhacke alter survival ganz rechts ist der weg ganz rechts immer eben hier vorsicht machen wir noch eine fackel rein dann ist ruhe hier drinnen hier unten waren hier mobs ja unten waren mobs aber ganz wenige ja weil ich wollte nämlich alles unterhalb wo die bäume jetzt angepflanzt werden an abreißen geht zu lang ran mit der spielzeit geht das aber nicht übrigens hier die golems und besten die beiden sind schon erledigt ne ok kannst du mal mir kurz deine spitzhacke geben die du hast da ist noch einer in der kiste nach hier vorne oder wie jeder muss irgendwie eisen und bin schon dabei ein bisschen so geht es den albern kaputt die spitzten ja klar du bist das dauer ob es so gut runter gibt